Tja, hallo zusammen, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Heute war's Hammer, 15.12.2023. Nun gut, ich war ein paar Tage außer Gefecht gesetzt, weil mein Laptop kaputt war. Mittlerweile ist er wieder am Start. Waren aber ein paar Tage, wo ich natürlich dann mich so ein bisschen umgestellt habe, umstellen musste, umstellen durfte, viel nachgedacht habe. Vieles auch noch mal über meine Vergangenheit und, und, und. Hab mich da quasi, war zwar dann irgendwo ein Monolog, aber weil ich da meistens auf dem Bett saß, hab ich mich quasi mit der weißen Wand unterhalten. Geht über zwei Stunden, weiß ich, ist sehr lange. Ist vielleicht was als Etappen-Wid oder Etappen-Audio. Ich weiß es nicht. Ist vielleicht auch manchmal langweilig, vielleicht auch manchmal zu lang oder zu langwierig. Bei ein paar Sachen bin ich aber der Meinung, doch, die haben es dann auch in sich entscheidet. Ihr ist jetzt aber kein Video eigentlich für euch, für die Community, sondern in erster Linie für mich. Aber ich denke, ich kann es euch trotzdem präsentieren. VK, Bitshoot, Odyssee oder... Ja, bei Rumble wird es getrailert und bei den YouTube-Kanälen auch. Dann vielleicht bis gleich. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.